Ein neuer Tag hat bereits angefangen in Amerika. Wir gucken ja immer gerne auf den amerikanischen Markt, der ist für viele auch praktischer umzusetzen. Erstens mal viel mehr Kontrakte, verschiedene Möglichkeiten mit dem Nasdaq, mit dem Dow Jones, dem S&P 500 beispielsweise. Einige haben den Rassel noch auf dem Plan beispielsweise und es ist etwas, was man auch in den Abendstunden noch beruhigt handeln kann, während der DAX dann schon so langsam in den Feierabend geht und da nicht mehr so wirklich viel eigene Impulse hat. Außer das, was er aus Amerika vorgelebt bekommt. Aber wir haben auch sowieso in dem Moment eine ganz gute Situation. Nasdaq zum Beispiel, Nasdaq Future hier im Moment immer noch eigentlich die gleiche Voraussetzung, aber mit einem ersten, naja, ist es ein erster, naja, das ist ein bisschen überdramatisiert, aber mit ein bisschen Versuch hier mal die Abwärtsseite. Die Aufwärtsseite ist immer noch die starke und ich warte immer noch auf diesen Rücksetzer, der uns idealerweise da irgendwo runterbringt. Das ist eigentlich ganz schlecht gezeichnet. Aus aktueller Sicht haben wir hier den höchsten Punkt. Wir machen das mal groß, damit ihr es besser sehen könnt. Messt vom tiefsten Punkt, das ist März, 15. März hier, tiefste Punkt bis zum aktuell höchsten Punkt vor wenigen Stunden. Und dann haben wir ein Fibonacci Retracement, was wir hier sehen und zwar bei 38 Prozent. Das ist 14.000 circa, bei 50 Prozent ist 13.800 circa und 13.600 ist das 61.800. Das wären so die Fibonacci Retracements. Wichtig! Viele gehen davon aus, jetzt muss er, jetzt hat er ja die Linien gezeichnet, jetzt muss er bis da hinfallen und genau an der Marke dreht er jetzt wieder. Es ist zwar schon häufig so, dass der Markt an exakt diesen Marken dreht. Das würde ich allerdings durchaus eher dann auch in Verbindung bringen, wenn wir ein Cluster haben, also mehrere Marken auf gleichem Niveau. Das können zum Beispiel Marken sein, die jetzt hier aus ehemaligen Hochmarken sind. Wenn man sagt, Mensch, da haben wir doch ein bisschen was liegen aus Hochs und Tiefs. Also hier ist vielleicht ein bisschen mehr los als da. Da ist der Markt tausendmal durchgegangen. Dann ist das sicherlich die etwas stärkere Unterstützung und die Chance, falls er bis dahin geht, dass er da abprallt, scheint dann ein bisschen höher zu sein, als dass er dann hier an dieser Marke dann abprallt. Trotzdem bitte jetzt nicht dann davon ausgehen, das heißt, er muss jetzt bis da runterfallen. Das ist nur, dass wir dann klassifizieren können. Deshalb machen wir das. Wenn wir einen Rücksetzer haben, der ungefähr bis in diese Zone hier reinfällt, dann wäre das etwas, was statistisch gesehen ein klassischer Rücksetzer nach dieser ersten Aufwärtswelle, erste deshalb, weil es von oben runter kam und das der tiefste Punkt ist. Dann wäre das ein erster Anstieg. Dann hätten wir hier einen Rücksetzer, der klassisch eben in diese sehr wahrscheinlichen Bereiche eben reinfällt und dann beste Voraussetzung hat, anschließend nach oben zu gehen. Ob das exakt von diesem Punkt ist, von diesem oder diesem, ist gar nicht so maßgeblich. Wir gucken häufig, ob wir Clustermäßig irgendwo was haben, wenn der Kurs da ist, ob man da eng rein kann. Die Alternative ist, dass wir gegebenenfalls an dieser Stelle hier reinkommen schon, äh, nicht schon, sondern erst. Also das heißt, wenn der Markt ein klein bisschen nochmal die Richtung schon mal bestätigt, also hier das letzte Zwischenhoch, so sagen wir, reißt. Das ist nicht so schön gezeichnet. Lieber ist mir das, wenn das entweder A, B, C ist oder von mir aus, jetzt zeichne ich es gerade nochmal so doof, also entweder A, B, C, das wäre etwas schön symmetrisches, noch besser. Oder wenn wir irgendwas haben, was so klar wackelig ist, ebenfalls da das letzte Zwischenhoch hier, dass wir sagen können, dass das korrektiv ist. So, und jetzt haben wir etwas im kurzfristigen Chart, was eventuell uns das ein wenig versüßen mag, so war zumindest schon mal der Eindruck, nämlich eine relativ steile Abwärtsbewegung. Und wenn wir was Wackeliges bekommen hätten, hätten wir hier auf der kleinen Ebene schon mal lostreten können. Allerdings, so die letzten Stunden waren dann doch eher wieder nach oben geprägt, so dass man sagen kann, im Moment sieht es noch nicht aus. Also, das Szenario ist zwar immer noch das, aber die Frage ist, ob wir nochmal ein klein bisschen höher erst klettern oder vielleicht sogar noch ein bisschen deutlicher höher klettern, bevor das passiert. Entsprechend müssen wir natürlich die Fibonacci-Levels dann vom tiefsten Punkt bis zum dann höchsten Punkt messen und nicht dann jetzt auf dieses aktuelle Bild. Ja, das ist etwas, was wir bei vielen Indizes im Moment sehen. Zumindest mal beim S&P sieht man es sehr deutlich. Die starke Abwärtsseite, die im Moment noch nicht klar definierte Aufwärtsseite, hier wäre jetzt ein ungefähr solches Bild ein möglicher Short-Trigger. Das würden wir jetzt so zumindest mal sehen. Also, die Seite ist im Moment die letzte starke, 15-Minuten-Chart, für all diejenigen, die Intraday also mal gucken wollen, nicht uninteressant. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier etwas, was mehrfach wackelig ist oder was eben A, B, C ist und das Ganze dann aber auch auf der Unterseite getriggert wird. Auch hier kann man das mit der Fibonacci-Levels nochmal zeichnen, dass man ungefähr weiß, okay, wohin muss das laufen? Ja, sind wir doch schon drin. Yep, das stimmt. Aber wir sind bisher nicht wackelig da hoch, sondern das ist erst einwellig oder eben extrem unsymmetrisch. Und unsymmetrisch ist etwas, das kann sein, das ist also überhaupt nicht verboten, aber das ist die Frage, ist das dann noch so überhaupt zuordnbar oder wie müssen wir das Ganze auffassen? Also, ich würde mich jetzt eigentlich freuen, wenn er sowas macht in der Richtung und dann hätten wir hier den entsprechenden Trigger. Ich mache ja mal so ungefähr diesen Bereich hier als Zielmarke. Natürlich, wenn wir da drüber hinausgehen, nehmen wir mal der Kurs geht weiter, je höher wir drüber hinausgehen, desto fragwürdiger wird das als guter Einstieg aus zwei Gründen. Erstens, die Wahrscheinlichkeit für die Fortsetzung lässt nach. Und das Zweite ist, dass das Chance-Risiko-Verhältnis dafür deutlich schlechter ist. Denn wir haben ja die Idee gehabt, dass das gerne sich nochmal so fortsetzt. Und ihr seht schon, nehmen wir mal an, das sieht jetzt genauso aus, dann hätten wir ja das als ungefähre Gewinnerwartung und das als ungefähre Verlusterwartung beispielsweise. Das CRV ist gut. Wenn der Kurs allerdings noch viel höher steigt, dann wird dieses Verhältnis immer schlechter für uns und dementsprechend immer weniger sinnvoll in der Umsetzung. Deshalb nicht unbedingt sinnvoll, das zu machen. Also insofern die Idee, starke Abwärtsseite hier beim Dow noch auffälliger, denn der Dow ist im Moment noch gar nicht hier richtig in der Korrektur zu sehen. Aber die starke Abwärtsseite gibt so ein bisschen einen Indiz dafür, dass jetzt vielleicht sowas kommt und dass das vielleicht die Einladung ist. Jetzt gehen wir zum DAX rüber. Der DAX hat das nämlich nahezu ähnlich oder auch der DAX Future hat das sehr ähnlich mit diesem sehr starken Abwärtsmarsch hier, dass wenn wir jetzt wackelig hochkommen, das passiert. Und das wiederum würde ja gut passen in die Überlegung, naja gut, dann sind wir steil hoch, da machen wir halt jetzt unser Korrektürchen und danach nochmal die Fortsetzung hier nach oben. Und dann wird entschieden, ob dieser Punkt symmetrisch oder nicht, ungefähr symmetrisch sagen wir mal, schon hoch genug liegt, jetzt kriege ich das nicht hin, so schon hoch genug liegt, als dass wir das vorläufig Abwärtsszenario, was ich mal aufgezeichnet habe, erstmal zu den Hasen geben können und erstmal davon ausgehen, dass wir doch nochmal höher kommen, also mit Korrekturen zwischendurch oder auch nicht und dann erst nach unten gehen oder irgendwie was anderes nochmal machen oder ob wir tatsächlich hier an der Stelle drehen. Das wird aber nicht hier entschieden, das ist beides noch möglich. Je höher dieser Punkt allerdings ist, desto weniger wahrscheinlich ist, dass es vorerst zu diesem, sondern vielleicht erst viel später zu dem Ereignis kommt. Das ist aber etwas, das habe ich in einem ganz anderen Video mal erzählt, das ist sehr kontrovers behandelt worden. Finde ich klasse, dass da so viele Feedbacks dazu auch gab, auch negative Stimmen, denn das zeigt mir, wie wichtig das ist, hier nochmal auf Details einzugehen. Das will ich sehr gerne tun. An diesem Wochenende werde ich dazu nochmal ein Update geben, wie man solche Sachen dann in die entsprechende Umsetzung dann gegebenenfalls auch bringt. Also deshalb das jetzt mal als erster Hinweis für den heutigen Nachmittag. Vielleicht spannend, was wir hier noch als nächstes kriegen. Die letzte Bewegung zumindest mal war eine scharfe. In diesem Sinne euch alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.